Ja, hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Ori and the Blight Forest. Und ja, ich habe ziemlich Angst vor diesem Part. Denn beim letzten Mal, also beim ersten Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, bin ich an dieser Stelle so dermaßen oft verreckt, dass ich A, meinen Controller irgendwo in die Ecke gefeffert habe und B, meinen Freund bitten musste, diese Stelle für mich zu übernehmen, weil sonst wäre ich einfach nur verzweifelt. Yay. Man darf gespannt sein, wie es wird. Auf jeden Fall würde ich sagen, los geht's. Die Wasserader ist der Schlüssel zum Ginselbaum. Ja, ich weiß. Achso, ich muss hier fortfahren, da. Ihr merkt jetzt, dieses Wasser hier steigt, ne? Und da muss ich verdammt, verdammt schnell sein. Aua. Aua, lass mich, lass mich. Ich muss einfach, aua. Scheiße. Nein, mach schon. Oh mein Gott. Wow. Oh Gott. Mach was, mach was, los. Bitte. Kann ich irgendwo speichern? Nein, ich kann bestimmt nicht speichern. Nein, ich kann das Dingsbums nicht einsammeln. Ich bin nicht schnell genug. Oh mein Gott. Nein. Okay, so geht's auch. Kommt schon. Beilt euch. Nein. Ich bin tot. Okay. Oh mein Gott. Es gibt Checkpoints. Oh mein Gott. Es gibt Checkpoints. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Ah, bringt mir aber nichts. Ja, nice. Okay. Äh. Autsch. Tot. Ah, ich darf mir dieses Dings nicht holen. Nein. Oh Gott. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ah. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Das ist so spannend. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Schnell. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Beeil dich. Beeil dich. Bitte, Ori. Beeil dich. Bitte. Gib mir ein. Ja. Danke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so spannend. Oh mein Gott. Bitte. Ja. 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 Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich glaub es nicht. Ich hab's geschafft. Und das beim zweiten oder dritten Versuch. Ich bin so geflasht. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Oh, wart das auf. Nervenaufreibend, Leute. Ja. 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 Es war das Licht, das sie hasste, das Licht unserer Art. Doch Olis Güte sollte mein Kind ein weiteres Mal retten. Gumo, ich fürchtete schon, dich an Kuros Fänge des Hasses verloren zu haben. Und Gumo hat dich gerettet und uns vor einem unbestimmten Schicksal bewahrt. Gumo hieß er, genau. Doch sieh her, der Ginze Baum ist wieder hergestellt und Nibels Wasser ist wieder klar. Wir haben jedoch keine Zeit zu verlieren und müssen uns sputen. Die Farben ist alles so... Ich kann gar nicht anders als zu staunen hier. Oh mein Gott! Hilfe! Hilfe! Ach, die finde ich scheiße, die rammen mich immer um. Ich kann jetzt aber auch schwimmen. Guck mal. Allerdings, dieser kleine Balken über mir ist meine Atemluftanzeige, glaube ich. Genau. Aber ich kann auch ein bisschen beschleunigen. Das ist sehr gut. Muss nur ein bisschen aufpassen, wo ich hinschwimme. So, und jetzt kann ich mir nämlich gleich auf der Karte dann auch mal angucken, wo ich überall hin kann. Oha! Okay, ich glaube, da komme ich noch nicht hin. Wartet. Oh, das ist ganz schön. Okay, ich versuch's mal. Okay, hier komme ich aber hin. Das ist schon mal viel wert. Das brauchte ich aber eigentlich gar nicht. Kann ich da oben das Ding mit dem... Pff, ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, da komme ich nicht hin. Ich glaube, das funktioniert noch nicht. Uh! Okay, mit A kann ich definitiv beschleunigen. Okay. Ups. Zack. Aua! Pff. Hilfe. Oh. Nope. Komm her. Nee, das bringt nichts. Oh. Aha. Hallo. Das sind Geheimwege. Das bringt nichts. Hier komme ich noch nicht weiter. Ist schade, aber ist leider so. Gut, wartet kurz. Andere Richtung. Ich würde gerne so einen Brunnen... Warte. War ich eigentlich in die Richtung hier schon unterwegs? Nee, ne? Hier komme ich auch gar nicht weiter. Schade. Gut. Gut. X um dieses Geisterteils öffnen. Kann ich aber nicht, weil ich diese Schlüsseldinger nicht habe. Okay, wartet. Wie geht's denn dann jetzt weit? Da ganz unten. Ganz, ganz runter. In der Mitte. Richtig? Ich schwimme jetzt einfach mal hier durch. Ich schwimme jetzt einfach mal hier durch. Ja. Okay. Oh, ich sterbe. Ich möchte aber nicht sterben, bitte. Nein, ich möchte nicht sterben. Nein. Nein. Ah, ich bin ertrunken. Okay, dann muss ich hier wohl doch einmal kurz hin. Puh. Falls hier nochmal irgendwo so Luftblasen in der Nähe sind, müsste ich die auf jeden Fall nutzen. Hier, ja. Ich glaube, im Wasser kann ich auch nicht speichern, das ist ein bisschen doof. Okay, eins habe ich. Sehr gut. Oh Gott, oh Gott, nein, ich war nicht schnell genug. Verdammt. Ich werde jetzt einmal hier das weitermachen. Ultrageistermagnet. Was haben wir denn hier? Luftsprint ermöglicht es, ohne den Sprint auch in der Luft zu benutzen. welchen Sprint auch immer er da meint. Eingesammelt ist das ja eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Also ich werde mich auch auf jeden Fall jetzt auf die beiden hier oben ein bisschen, äh... An die werde ich mich halten. Aua. Aua. Uh. Ich verliere so viel Leben. Das ist nicht gut. Kann ich hier speichern? Nein, Wasser kann ich nicht speichern. Das ist doof. Okay, aber... Uah. Uff. Hier kann ich speichern. Okay, sehr gut. Ja, sehr gut, dass ich da gespeichert habe. Uff. Oh, das war knapp. Okay, weiter. Okay. Gehe ich erstmal hier hoch. Da oben ist das zweite. Okay, sehr gut. Aua. Okay, wie komme ich da hin? Gar nicht. Ach, verdammt. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie nie. Irgendwie gar nicht. Uah. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Gott, ja. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Oh, mein Gott, wird das knapp. So, speichern bitte. Danke. Puh. Gut. Einmal. Einfach schwimmen, 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 schwimmen. Schwimmen! Oh, mein Gott. Okay, irgendwo dahinten war der Kartenstein, richtig? Oh, dieses komische Dings-Dings-Vieh immer hier. Aua. Vielleicht kann das gar nicht treffen. Ist ja doof. Ich kann das bestimmt nur irgendwie... Oh, mein Gott. Puh. Sehr gut. Will heißen, ich habe hier unten auf jeden Fall alles entdeckt. Darüber kann ich auch noch... Ich glaube, das würde ich gerne machen. Au. Nein, ich bin tot. Oh, fuck. War ich jetzt hier drüben schon? Ja, hier war ich schon, toll. Okay, da oben müsste ich jetzt dann auch alles haben. Habe ich? Ja, habe ich. Okay, ich sehe nämlich an... ...dem, äh... ...der Tatsache, dass ich diesen Kartenstein habe, dass ich da auch schon alles habe. Go! Gut. Ladies and Gentlemen. Bitte nicht vom Fisch töten lassen. Bitte nicht vom Fisch töten lassen. Nein. Böser Fisch. Raus Fisch. Weg Fisch. Sehr schön. Sehr gut. Braver Fisch. So, jetzt habe ich alle meine Leben noch. Ah. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Voll gut. Achso, ich wollte da unten noch hin. Dann speichere ich jetzt hier noch einmal. War das hier? Ja, ich glaube, das war hier. Ach, da kam ich ja nicht weiter, richtig? Huh. Ja, richtig. Das war das Fisch hier nicht. Ja, toll. Na gut. Dann später. Dann geht es jetzt hier erst mal weiter. Ach, wundervoll. Ich habe es tatsächlich so schnell geschafft. Ich habe das wirklich nicht, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich das in diesem Baum so furchtbar schnell schaffe. Das war so... Das war so... Oh mein Gott. Ich habe dafür einfach wirklich beim ersten Mal Ewigkeiten gebraucht. Theoretisch könnte ich jetzt auch ins Wasser, ne? Ist ja gar nicht so schwerisch. Schwerisch. Oh, äh, ja. Das war schon etwas schwieriger. Puh. Okay, ich werde auf jeden Fall auch einmal ins Wasser gehen, weil da unten, Freunde, haben wir Fische, 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 böse Fische. Da unten haben wir... Äh, komme ich nicht hin. Scheiße. Ich komme da nicht hin. Aua. Oh Gott, oh Gott, nein. Nein. Oh Gott, ich habe nicht darauf geachtet. Verdammt. Ach, wie doof. Ja. Ich habe nicht auf meine Luft geachtet. Verdammt. Okay, da kam ich jetzt definitiv nicht hin. Heißt, ich muss da auch nicht runter. Zumindest im Moment nicht. Puh. Das ist die Frage, ob ich hier überhaupt hin muss. Äh, sieht so aus. Ja, ich muss da oben hin. Da ist auf jeden Fall noch einer dieser Bäume. Leute, ich möchte da auch gerne hin. Leben brauche ich eigentlich gar nicht gerade. Aber ich esse dich halt. nicht. Ach, Mann. Leute, sagt mir doch mal, dass ich nicht so ein Mist bauen soll hier. Warum sagt ihr mir das denn nicht? Ich möchte gerne irgendwo dann auch mal speichern, weil ich keinen Bock habe hier immer wieder den selben Weg zu gehen. So. Hopp. So, hier bitte einmal speichern. Danke. Juhu. Juhu. Ilo. Der kräftigste der Geister. Der stärkste, der je gesehen wurde. Jetzt ruht er hier, verwandelt in einen Stammbaum. Du hast das Stampfen erlernt. Benutze diese Fähigkeit, indem du A drückst, um in die Luft zu springen, dann runter, um gewaltig den Boden zu erschüttern. Alles klar. Bäm. Hihi. Das ist megacool. Okay, geht das auch in die... geht das auch nach oben? Habe ich es jetzt getötet? Oh nein, ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ups, daneben. Das hier sind nämlich Hebel. Ich möchte aber gerne nach da oben, weil da ist noch so ein... ...Energiezellen-Dings. Aber ich kann nicht da hoch. Ich kann nicht mehr da hoch. Doch jetzt. Okay, anscheinend kann ich da doch nicht mehr hoch. Oh mein Gott. Was mache ich denn jetzt? Oh mein Gott. Oh, hat mich das jetzt erschrocken, das Teil. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich will nicht runter. Ich will nicht runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Okay, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich ohnehin tot. Was soll's. Aber ich verstehe nicht, wie ich da herkommen soll. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Wie komme ich jetzt hier weiter? Beziehungsweise wie komme ich hier weg? Da oben würde ich auch gerne hin, aber ich weiß leider nicht wie. Ah, jetzt kann ich ihn angreifen. Jetzt kann ich ihn angreifen. Oh mein Gott. Oha. Okay, ich habe einfach mal versucht, diese Stampfen einzusetzen. Und es hat tatsächlich funktioniert. Damit kann ich jetzt diese Viecher töten. Huh. Ah, Fisch, 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 Fisch. Aua. Oh, ich habe ihn nachher da oben gebasht. Aber hier komme ich trotzdem nicht weiter. Richtig? Nein. Okay. Ja. Das ist jetzt gut zu wissen. Ich komme an diese Energiezellen nicht ran. Das finde ich ein bisschen nervig. Warum komme ich an die nicht ran? Au. Oh, verdammt nochmal. Warum speichere ich eigentlich nicht? Ne, da oben komme ich irgendwie nicht ran. Ich weiß auch nicht warum. Das ist echt schade. Ich verstehe das nicht. Oh, Upsi. Ach, komm schon. Jetzt. Boah, es ist so schwierig anzugreifen, während man vor diesen Scheißdingern noch abhauen muss. Okay, ich habe schon wieder total überzogen, glaube ich. Tut mir leid. Das werde ich jetzt nicht mehr tun. Nein, 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 nein. Nicht töten, nicht töten, nicht töten. Bitte, 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 bitte. Bitte nicht töten. Oh Gott. Okay, dann werde ich jetzt hier auf jeden Fall einmal speichern. Und danach geht es in die andere Richtung weiter. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall war das ein relativ langer Part. Tut mir leid. Aber es hat Spaß gemacht. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.